Hallo und herzlich Willkommen zu Gears of War 4 mit meinem Partner King's Let's Play und mit mir, der Rico Gamer. Moin. Und wir sind noch immer im Reich der Schleimer. Reich der Schleimer. Oh gut. Naja, wenn du da runter guckst, ist ja so. Ja gut, okay. Du hast recht. Sieht aus, als hätte die Seilbahn einen Darm bekommen. Too much information. Aber es ist wirklich merkwürdig. Also im letzten Part wurde ja gesagt, es ist komisch, dass wir nach oben gehen. Da hat sie nicht ganz unrecht. Weil eigentlich, wie du gesagt hast, leben... Wie kann es denn sein, dass es jedes Mal schlimmer riecht? Oh, dann hast du einen Pappaufsteller. Leben die ja eigentlich in der Erde und da sollten sie ja eigentlich weiter runter. Ich nehm einen Stuhl mit. Ja, nehm einen Stuhl mit. Ja, weil, wenn ich mich... Wenn ich relaxen will... Kann die da mit dem Pappaufsteller... Keine Ahnung. Da liegt was und blinkt was. Warte mal. Komm ich da hin? Ja, da kommt man von der anderen Seite. Lass mich kurz das Ding mal ansehen. Bevor du es aufhebst. Na, das ist glaube ich eine Statue oder sowas. Ah, hübsch. Ach, man sieht es ja hier unten. Habe ich vergessen. Haben wir zumindest wieder was gefunden, also... Ja, eigentlich habe ich sogar schon... Da ist eine Tür. Achter. Die mache ich wieder auf, die nächste tu. Oder willst du die? Und die mache ich die nächste. Lass, ich mache die auf. Warte. Okay. Na los, raus. Okay. So, jetzt sind wir nach Arena aus. Na dann wollen wir mal. Ist das eine Granate? Ja. Toll. Nehmen wir noch ein Loch? Ja, ich glaube hier. Schön am Boden zersägt, ey. Ja. Ja, da blinkt es aber. Da will ich hin. Achso. Da kommen wir von der anderen Seite hin. Gut. Die mache ich auf, die Tür. Da kann ich durchkommen. Ich muss cheaten. Dann ist das komische Bubble-Viech. Hab gesagt, die nächste Tür macht ich. Boah. Das fällt dir aber früh auf, man. Jetzt ist es nicht fest. Heiho, Silva. Was ist jetzt los? Oh, scheiße. Das darfst du kreischen. Hey, passt doch mal. Ja. Pff. Eh. Verdammt. Mehr Larven. Zurück in deine Kapsel. Ja, genau. Aua. Oh, noch. Ich habe keine Muni mehr. Okay. Okay, hat sich schon da helfen. Unser Kollege ist ja doch recht hilfsbereit. Hast du das gesehen? Das sah lustig aus. Toll, ich wollte den eigentlich sehen. Oh, da blinkt was. Ja, das ist ne Boom. Ach nee, doch nicht. Ach nein. Wo sind scharfe Schützen? Ich mag Küppschüsse bei dem Spiel. Oh, bei diesen paar Leute. Ja, war das schon recht? Also, Leute ist vielleicht falscher Begriff. Oh Mann, ich wohne jetzt ja sägen. Ach so, geht doch. Gut kämpfst du. Mann. Also, die gute Nacht. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Was? Nein. Ich habe gerade nur einen Schatten gesehen. Was? Ich mache die nicht auf. Die Tür müssen wir zu zweit machen. Hehehe. Sind das etwa... Hey, cool. Ritter ist... Hast du schon mal Ritter essen? Was war ich? Ritter essen. Wie Ritter essen? Nimm das! Könntest du aber nicht Ritter essen? Nö. Soll das sein. Das ist echt cool. Das ist... Äh, da... Begebt man sich halt in so eine Location, so wie eben damals die Ritter. So wie hier halt klingt, was? So kommen wir raus. Dann sollten wir uns beeilen. Mir gefällt das hier ganz und gar nicht. Dann sitzen alle an einem großen Tisch und, ja, kriegt halt so Essen, so wie damals die Ritter. So gebratenes Hühnchen, Steaks und was weiß ich was noch. Und dann isst man halt so wie damals in der Ritterzeit. Achso, ja doch, das kenne ich. Das machen wir öfters. Und wenn man's ganz authentisch macht, dann isst man sogar ein bisschen verkleidet, so wie Ritter fühlt. Nee, da beteilige ich mich nicht dran. Wieso? Weil du's Kind nicht findest, oder? Nee, weil ich dafür nicht die Klamotzen habe. Alter, geht drauf! Ey, wie viel halten die denn aus, ey? Der müsste auch tot sein. Ich glaub, die kann man aber nicht versiegen. Dafür explodiert ihr. Oh, Muni. Schön, dass du die Tür schon aufmachst. Nein, das ist halt. Du kannst... Du kannst nix nehmen. Au! Au! Er wollte mich zersägen. Nein, das ist jetzt nicht. Keine Muni mehr. Oh, ab in den Hintern damit hier. Schön. So, ich brauch eben Muni. Nee, das ist die falsche Waffe. Weiß nicht, aber wir erreichen zuerst das Museum. Okay. Hoffentlich gilt dort ein striktes Springerverbot. Falls nicht, können wir das sicher vorschlagen. Oh nein, Freundchen. Ich wende mich mit eindringlichen Worten direkt an die Verwaltung. Aber was hast du gesagt vorhin, warum du dich nicht verkleidest? Weil ich die Klamotten dafür nicht habe. Ach so, ne, die kriegst du ja gestellt dort. Ach so, ne, bei uns sind das immer so eigene Klamotten. Ach so, ne, die kriegst du, also bei manchen, wo ich schon war, ich war dreimal Ritter jetzt schon, und bei zwei, da wurde es eben, hast du auswählen können, ob du dich anziehst. Also da bekommst du dann so Klamotten. War ganz cool. Und lecker. Und jetzt habe ich Hunger. Mann, ist es hier finster. Machen wir die Taschenabwehr an. Gini, lieber aus! Ihr wisst, wie es läuft. Hinterher! Boah, wieso knallen sie dir nicht einfach ab, ey? Na ja. Scheiße, Meer-Schwarm! Geschatz-Turm! Da ist der Papa drin. Aber jetzt gehen die Viecher auch noch an dem Gs, ey. Echt jetzt? Aus dem Weg! Ich habe dich jetzt als Gegner verwechselt. Na ja, gut. Geht jetzt eine Drohne! So, die da oben sind schon mal weg. Sie schießen ja einen Down auf mich, ey. Okay, da ist doch mal einer. Jetzt nicht mehr. Bringen wir es zu Ende! Oh Mann! Ich habe wieder Munition endlich, ey. Was denn? Ja, der hat mich jetzt die ganze Zeit angeschossen, dass ich so meine Ketzensäge nicht rausholen konnte. Ach so. Ja, mittlerweile finden wir auch ein bisschen Dämoni aus. Ach so, ich muss gar nichts drücken. Ich muss nur in die Nähe kommen, dann nimmt der automatisch die Ketzensäge bei F gedrückt halten. Also, nur die Ketzensäge raufheben und... Die Treppe rauf! ...nahe zum Gegner hin. Oh, warte mal. Welche Statuen haben wir denn da? Geht da vielleicht dein Papa? Äh, no. No. Cool. Ja, meine Großmutter hat damit gekämpft. Da haben wir doch gekämpft! Echt? Oh, stimmt! Ja, im ersten Part! Stimmt! Da habe ich Granate da reingeworfen. Stimmt! Das ist für mich! Oh, wollte ich gar nicht. Scheiße! Da kommt ein neuer Schwarm direkt auf uns zu! Da habt euch mit allem dagegen, was ihr habt! Ja... Ich nehme den Boomshot. Das ist auch vom ersten Teil. Cool! Cool! Okay, ich muss nachladen. Ist auch genug Munition. So... Bisschen wie Ziel schießen gerade. Ja, so ein bisschen, ne? Oh, kreisch wie leider. Ich glaube, einer ist durch. Pass auf! Wir sind drin! Ja... Ich glaube sogar ein zweiter. Okay, jetzt sind mehr drin. Oh, die kommen von hinten. Und von vorne. Och, Mann! Ich wollte doch nicht die Waffe haben. Was ist das? Nein, jetzt wird es sogar noch stressig hier! Bleibst du gestützt, ich gib dir Rückendeckungen. Ich musste gerade eben ein bisschen sägen, warte. Okay, jetzt haben wir es ein bisschen verkeilt. Au! Au! Gut, von vorne kommt anscheinend nix mehr. Okay. Von da oben. Du kleiner Bastard, ey. Das 1 macht 2. Zurück in dein Loch. Hi. So, ich glaube, das war's, oder? Ein echtes Spektakel. Aber das war's jetzt wohl. Lasst uns endlich einen Weg hier rausfinden. Kleiner Hinweis für die Museumsleitung. Schlechtestes Museum aller Zeiten. Oh ja. Können die dafür, dass die zu... dass das... Gäste scheiße sind? Ja, keine Ahnung, oder? So sind Gäste nun mal. Außer... Außer, sie gehören zum Personal. Dann schon, das würde ich drüber diskutieren. Scheiße. Was für so Scheiße. Die können auch mal einen schlechten... Also, der Hescher ist hier hochgeklettert. Er muss hier irgendwo sein. Wisst ihr, was mir nicht aus dem Kopf geht? Früher kamen hier Touristen her. Familien? Das war lange vor unserer Zeit. Schon, aber... Die Chor hat das alles verfallen lassen. Und alle einfach eingemauert. Wie sind nun die Hasken? Ja, aber erinnert euch daran. Mein Dad, Rainer, Oskar und sogar Jyn. Sie sind zusammen durch die Hölle gegangen. Daran muss ich an Orten wie diesen immer denken. Ja, und jetzt müssen wir hier drin auch durch die Hölle gehen. Ich kann mich erinnern. Ich hab's hinter mir. Also, ich hab's miterlebt. Du kannst mal nur erzählen, dass das Viech jetzt hier durchgerannt ist, ey. Ein echtes Spektakel. Oh, geil. Oh, die ist geil. Die ist wirklich geil, die Waffe. Die ist zwar langsam, aber... Wir gehen rein, oder? Leute, noch ein Nest. Och, nö. Tod. Mann, 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 Mann. Mann, Mann. Das Nest wurde zerstört. Jo, hab mir auch extra Mühe gegeben, dass ich schnell bin. Au. Hau ab. Ich schubst den Schrott da mal rein, warte. Ach, nicht schlimm. Ich hab keine Granate mehr. Ich auch nicht. Krone erledigt. Ja, dann... Hat der Kollege das gerichtet. Warte! Bin noch nicht fertig mit dir. Und noch ein. Zurück in dein Block. Ab in den Hintern damit. Hast du jetzt auch echt glücklich Geschmack gefunden. Jo. Nicht auf jeden Fall, ey. Keine Sommerstücke hier haben? Man muss die doch runterlassen können. Ja. Ich dachte... Raufschießen. Na also, die Brücke senkt sich. Ach da. Mhm. So, das sollte es gewesen sein. Dann war das ja gar nicht mal so falsch mit draufschießen. Oh, hi. Zurück in dein Nest. Nein, der ist es meiner. Ja, geh nach links. Okay, kannst. Ach so, okay. Kannst du sagen. Oder mich reden. Das sind so viele Viecher, ey. Ach so, der hat in den Scharfschützen gehören. Alles klar. Gehen wir in die Festung. Ach so, nee. Wäre Scharfschützen fair. Alles gut. Will ich nicht. So. Okay, Herrscher. Wo bist du hin? Oh, scheiße. Wer hat uns? Na ja. Ja, zum Glück ist das Tor zwischen uns. Das ist doch Glück. Oder? Wehen. Für dich, Herr Wien. Hm? Auf was hast du jetzt geschossen? Da hing wieder was in der Decke und hat geblinkt. Oder was? Müsste irgendwo hier liegen. Eine Boomshot. Willst du sie mitnehmen? Nee. Ich mag die Waffen, die war sicher. Ich nehm die mit. Oh, guck mal. Hast du was gefunden? Yay. Da ist der Herrscher-Teddy. Oh. Scheiße. Wir mussten die Katakom. Was stimmt das? Eine Aufweilung. Scharfschätze. Ohne erledigt. Da ist tot. Da ist tot. Sag mal. Sonst geht's noch. Wir sind noch nicht fertig. Da sind noch mehr. Aua. Na schön. Wer ist der Nächste? Steigt da einfach auf mich drauf? Ja. So sind sie halt diese komischen Viecher. Ich schieße die ganze Sache auf eine... Ne, das war doch ein Krieg. Ja, aber irgendwo hab ich wirklich mal erfahren. Also in den... In einem der Teilen erfährt man auf jeden Fall, warum sie wirklich unsere Sprache sprechen. Ja. Weil die... Wo ist noch ein Scharfschützer? Da oben. Weil die angeblich irgendwie... Oh shit. Ich wollte unbedingt mal meinen Zuschauern zeigen, wie es aussieht, wenn man zersägt wird vom Gegner. Echt jetzt? Ja. Ah, ja gut. Scheiße, ich hab nicht gesehen, dass der sowas hat. Weiß nicht, wollen wir hier sogar einen Schnitt machen? Würde ich jetzt sogar sagen, dass wir das machen. Aus dem einfachen Grund, wir sind jetzt bei knapp 20 Minuten und... Jo. Okay, Leute. Dann war's das. Guckt auch bei meinem Kollegen vorbei. Schaut generell alles an. Und... Scheiße. Der Rico Gamer ist tot. Mann, mich kotzt das an. Also, bis dann und tschüss. Bye, bye.